Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Call of Duty Infinite Warfare mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Ja, ich vermute mal, das soll die Erde sein in einer fernen Zukunft. Ich kann hier nicht lang gehen. Und hier sind irgendwelche Feierlichkeiten. Wie man sieht, die Straßen sind menschenleer. Ich kann nicht zoomen, ne, oder so. Z, nein. Ich komm ja. Wir sollen, ich kann eh nicht hüpfen. F, ich soll F drücken. Wir sollen hier rein. Der Anfang, die ersten Folge war ja... Ich kann nur gucken, ich kann mich nicht bewegen. Wir haben das Ethan-Projekt gut geheim gehalten, Admiral. Oh, der wusste davon. Das neueste Modell. Recht beeindruckend. Wir stellen ihn heute feierlich vor. Ich habe etwas Lampenfiebers, Sir. Du hast Gefühle, Ethan? Hab ich, Lieutenant. Hab ich. In mir steckt das Gehirn eines Farmers. Heilige Scheiße. Im Ernst? Nein, ma'am. Natürlich nicht. Ha, 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 ha. Erwischt, Lieutenant. Quatsch. Die Artis-Geschütze machen heute Überstunden. Was, Admiral? Jede Menge Luftverkehr. Immer wachsam, Lieutenant. Bist du vertraut mit dem Luftabfangsystem, Ethan? Der eiserne Schild der Erde. Vier Feuerkraft. Vengeance, Seer Raven 6. Sind im Landeansflug. Verstanden, 6. Die Vengeance erwartet ihre Ankunft. Admiral, Sir. Was ist denn, Ethan? Die Artis-Geschütze. Sie visieren unsere Flotte an. Verschutzen, Verschutzen! Sieht aufgetauscht! Ich übernehme! Sorry für den Ton. Das hatte ich während des Tests auch mal. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Alle Stationen. Schüsse im Artis-Kontroll-Turm. Wir holen Schüsse im Turm. Dies ist keine Übung. Alle verfügbaren Einheiten sofort ein Session. Achtung! 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 Keine Ahnung, woran das liegt. Na ja. Konsolen-Port. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber es passiert immer wieder, ne? Und das Spiel ist ja nun nicht gerade aktuell. Sieht aber gut aus. Aber Feuern ist leicht untertrieben. Oh, ich dachte, den hätte es erledigt. Ich werde dich töten! Ich schieße durch die Lücke. Ich hoffe, ich finde hier Muni. Die Munition haben wir ja dafür. Terroristen! Die Erde ist so fern in der Zukunft und es hat sich nichts geändert. Gar nichts. Es ist nur noch schlimmer. Ich umgehe dich. Karma heißt die Waffe. Ich gehe hier lang. Da ist Eason. Probier mal die Waffen durch hier. Oh ja. Gehen in den ersten Stock! Verstanden! Feind! Bei der Mauer! Bei der Mauer? Ach, da oben. Ich hätte ein anderes Visier. Eine Fulke Reflex. Die würde ich auch gerne mal testen. Was war das? Was war das? Was war das? Schweinebacken! Schweinebacken! Oh, ich muss in Deckung! Der gehört nicht. Der gehört zu uns. Habt ihr das gesehen? Diese Schweine. Ich mache bloß keine Granateneinsätzen. Ich habe die Befürchtung, dass ich hier Zivilisten, äh, wische. Na gut. Oh. E oder Maus. Aha. Ja, ich bin noch Neuling hier bei diesem Spiel. Stehst du da so blöd? Bei der Mauer. Bei der Mauer. Da unten war auch einer. Ah, die haben wir erledigt. Sollen wir weiter? Was für ein Massaker. Arschlöch. Arschlöchchen! Für weniger Munition. Wenig Munition, okay. Braucht eine andere Waffe. Was ist das hier? Nein! Nein! Ach so, man kann... Ah, kann man aufladen? Hat wohl nichts gebracht. Wollen wir mal gucken, ob wir zu den Scharfschützen kommen. Nee, kommen wir nicht. Ach, die armen Leute. Ja, da, das Geschütz, da müssen wir hin. Vermute ich mal. Hm, das Wasser. Wow. Ich laufe da auch noch direkt hin. So wird das nix. Treppe hier lang? Was ist hier? Haben wir eigentlich Licht hier? Nee. Haben wir nicht. Okay. Ja, ich komm hier schon. Na, ich hab doch... Oh. Nachladen. Ah, Munition. Können wir die hier umgehen? Hä? Ich hab doch eben Munition genommen, dachte ich. Waffe. Waffe! Hab ich noch keine andere? Ich hab keine andere Waffe mehr. Jetzt hab ich eine. Okay. Keine Munition mehr! Ach! Zähne! 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 Zähne vorauf! Zähne sich! Wir verlieren zu viele Männer! Bogen! Nein! Ja! Ja, einfach direkt. Hofe Denkung! Okay, ich bin doch direkt! Bogen! Ack! Wir machen ein Ziel! Die hat kein anderes Visier. Weizen! Ich brauche Mumie! Die sind so verkehrt. Das war doch richtig. Kopfhörer. Braucht wer Kopfhörer? Achso. Ja, ich komm, ich komm, 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 komm. Los, Reyes! Das ist die Nova! Scheiße. Lauft, Leute! Das war kein gutes Versteck dahinter im Auto. Gruppieren! Zusammenbleiben! Haben wir keine Nacht. Geiles Rücklicht. Zivilisten voraus! Nicht schießen! Alles okay, Sir? Bringen Sie sich in Sicherheit! Och, die armen Leute. Unter von der Straße! Nach drinnen! Links, die Treppe hoch! Hört ihr das? Da kommt was! Oh Gott. Ja. War klar. Maus 5! Achso! Na, Kampf. Aha. Funk immer noch totster. Das war damit gemeint. Artists, schumpf her raus! Hier kommen mehr! Mehr, wenn C6 kommt! Unter Beschuss drehen! Granaten gegen die Bosse einsetzen! Dir fehlt was? Ruhe! Ah, der wechselt. Nicht, dass du hoch gehst, dann sind Menschen! Ah! Ah! Was haben wir hier? Sucher! Sucher ist gut! So! Wo sind denn meine Freunde? Mit C6 ging das in dem anderen Spiel, aber hier geht es nicht, ne? Ja, ich komme ja gleich. Oh, Zivilisten! Ah, ich fühle dich nicht so. Ah! Oh! Guckt er! E! Ach, das sind super. Oh, ich werde von hier beschossen. Bleib doch mal in Deckung. Ich gucke gar nichts. Ach, da unten. Ist da noch eine? Ich habe da eben... Na da oben. Was für die Front? Oh, zu schnell gedreht. Was haben wir hier? Schüttergranate. E war das, ne? Musste nachladen. Schmeißen noch einen raus. Und noch einen. Jetzt sind sie alle, ne? Jetzt kann ich die hier nehmen. Ich sehe hier gar keine Gegner. Was ist hier los? Ach da. Ich brauche eine andere Waffe. Haben wir was? Nein. Läufer. Ohne Waffe ist das bisschen schlecht. Waffe. Waffe. Warum greifen wir sonst da? Die SDR versucht schon seit Jahren alles zu übernehmen, Nathan. Sie wussten, dass uns die ganze Zeit nicht mehr... Da drin bewegt sich was. Reyes, die Tür aufmachen. Ich gehe hinter dir rein. Oh, bin ich doof. Hast du gut gemacht. Hast du gut gemacht. Jetzt Ruhe. Das war geil. Oh, das sind Zivilisten. Das war gut. Ah, nun lauft mir doch nicht ins Schussfeld. So was kann ich nicht ab. Dann werde ich immer aggressiv. Seht ihr? Haben wir denn vielleicht ein bisschen Muni hier vielleicht? Ja. Was ist das? Oh, ich muss nachladen. Warte, warte. Ich hätte es falsch gemacht. Okay, bin drin. Jetzt den Bord eingreifen lassen. Schnell, du Timmel. Siegelreich bei dir. Siegel erfasst. Hand identifiziert. Oh, ich habe es geschafft. Ich muss erst mal Luft holen. Ich rette in der nächsten Folge weiter. Wartet!